Das ist Frau Meier. Frau Meier ist Fotografin. Damit sie für ihren Kunden einen professionellen Service bieten kann, hat sie ein Fotostudio angemietet. Leider kann sich Frau Meier kein Studio in der Innenstadt leisten und hat daher auch nicht sonderlich viel Laufkundschaft. Frau Meier hört, dass man bei Google-Werbung sehr gezielt schalten kann. Das findet sie toll. Sie recherchiert im Internet über die Möglichkeiten und ist schnell verwirrt. PageRank, organische Suchergebnisse, bezahlte Suchergebnisse, Keywords, Anzeigen, Targeting, Pay-Per-Click. So viele Fachbegriffe. Wie soll sie sich da nur einarbeiten? Frau Meier erkundigt sich weiter nach Google AdWords und stößt dabei auf den MOOC zum Thema Suchmaschinenmarketing der Fachhochschule Lübeck mit Prof. Dr. Horster. Das ist die Lösung für Frau Meier. In diesem Kurs erfährt sie alle wichtigen Grundlagen zum Thema Suchmaschinenmarketing. Strukturiert und einfach erklärt. In diesem Kapitel werden zum Beispiel wichtige Fachbegriffe geklärt und die Prinzipien von Google AdWords erläutert. Dabei stehen der Suchalgorithmus PageRank, der Unterschied zwischen Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung und das Auktions- und Abrechnungsmodell von Google AdWords im Fokus des Kurses. Machen auch Sie sich fit für die Werbeformate in der digitalen Welt von heute und starten Sie gleich jetzt mit dem MOOC Suchmaschinenmarketing. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.